Stellvertretend Treue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Milliarden und Millionen Mal mein Jesus Barmherzigkeit. Barmherzigkeit mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedenken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Heilige Josef, der Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam, der Allerheiligsten Jungfrau Maria. Bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, dieser Nacht. Liebes Akte, Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig, wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag tausendmal wiederholen zu dürfen. Heilige Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Herzenstausch mit Jesus und der heilige Jungfrau Maria. Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus, gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz, damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus, gegen dein heiligstes Herz, damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Erfülle meine Bitte, du Gute und der Treue, Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Abba Maria, wie der heiligen Gertrud offenbart, sei gegrüßte weiße Lilie der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit. Du leuchtende rosa himmlische Armut, von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte, nähere unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen. Amen. Das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Pater Pio. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in dieser Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien. Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stützt und wiederherstellt. Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen, denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht, meinem Verstand, Körper, meiner Seele und meinem Geist. Bedecke mich mit dem allerkospesten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen. Entfanne alles, was in mir nicht sein sollte. Entfurzelle alle ungesunden und abnormalen Zelle. Öffne verstopfte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf. Entfanne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des gussbaren Blutes Jesu. Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern, damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast zu funktionieren. Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen, selbst die tiefsten Nischen des Herzens. Durchtränke mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart, Liebe, Freude und deinem Frieden. Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens. Vater, fülle mich mit deinem Heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun, damit mein Leben deinem Heiligen Namen Herrlichkeit und Ehre bringt. Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gott, die dreifältige barmherzige Liebe, komme allen Menschen zu gut. Begrüße zerst du, Maria. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gläbener Deid unter den Frauen und gläbener Deid ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, das bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gott, die dreifältige brennende Liebe, komme allen Menschen zu gut. Begrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gott, die dreifältige blutende Liebe, komme allen Menschen zu gut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneid unter den Weibern und gebeneidest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Abendgruß zum heiligsten Herzen, Jesus. Den letzten Gruß der Abendstunde sende ich zu dir, o göttlich Herz. In deine heilige Liebesfunde senke ich des Tages Freude und Schmerz. O Herz der Liebe, dir Vertraute am Morgen ist es Tageslast. Und nicht umsonst ich auf dich baute, vollwohl du mich gesegnet hast. Oh, hab bedankt für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand. Auch diese Nacht mich treu behüte, durch deine Segen, Engels Hand. O göttlich Schatz, an meine Sünden bereue ich aufs Lieb zu dir. O lasse mich Verzeihung finden. Schenk deine Liebe aufs Neue, mir. Herzlich, so ähnlich, ich empfehle auch alle meine Lieben dir. Beschütze sie an Leib und Seele, die Gute sie erwiesen mir. In deiner heiligen Herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhig ein. O lasse in der letzten Stunde mir, einer Himmelsvorte sein. Amen. Gelobt Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderliebe. Und zu allen deinen Segen gib. Amen. 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 Vielen Dank.